Helena ohne H spricht man Jelena. So heißt meine Mama. Mit Familiennamen heißt sie Petrova. Das heißt, dass sie die Frau von Petrov, meinem Vater, ist. Petrov ist sein Familienname. Den hat er von seinem Vater. In Friedland werden erst einmal die Namen verdeutscht. Meine Mutter muss jetzt auch Petrov heißen, obwohl sie kein Mann ist. Auch die Vornamen soll man ändern. Aus Ivan wird dann Johannes, aus Vladimir wird Waldemar, aus Yekaterina wird Katrin. Artyom spricht man Artyom. Das gibt es in Deutsch nicht. Jetzt muss mein Vater Artem heißen. Das gibt es in Deutsch auch nicht. Zehn Jahre lang hat Mutter immer Dmitri gerufen und mich damit gemeint. Jetzt soll ich Dennis sein. In Friedland haben sie gesagt, das ist besser für die Integration. Integration. Integration, das ist so ein Lieblingswort von denen in Friedland. Die meinen damit, dass man nicht mehr Russisch sprechen soll und am liebsten die Heimat ganz vergessen soll und nur noch ganz Deutsch sein. Ich weiß nicht, ob ich das will. Mir hat es zu Hause gut gefallen. Zu Hause ist in Kirgizistan. Ein kleines Dorf. Dort bin ich aufgewachsen, habe auf der Steppe und am See gespielt. Dort wohnen noch alle meine Freunde, mit denen ich in die Schule gegangen bin. Eine Steppe und solche Berge wie dort gibt es hier in Deutschland nicht. Und das alles will ich niemals vergessen. Da, wo ich klein war und meine Oma wohnt und das gute Brot, das sie gebacken hat. Was Friedland ist? Das ist eine Stadt, da kommen alle hin, die aus Russland, aus Kasachstan, Kirgizistan, der Ukraine oder aus Sibirien nach Deutschland kommen. Da müssen sie zuerst wohnen, in einem ganz großen Haus mit lauter kleinen Zimmern, mit ganz vielen Leuten zusammen, die man gar nicht kennt. Bei uns im Zimmer hat noch eine Familie gewohnt, mit drei Kindern und einem Baby und einer ganz alten Oma. Das ist da im Haus wie ein Schafstall, so eng und fast so laut und es riecht auch nicht gut, weil es so wenig Waschmöglichkeiten gibt. In Friedland wird man zuerst registriert und bekommt ein Papier und da steht drin, ob man ein richtiger Deutscher ist oder nur ein halbrichtiger. Abkömmling steht bei meinem Namen und bedeutet halbrichtig. Aber ich darf da bleiben. Alles wird durch Paragraphen geordnet. Das sind die Gesetze, die bestimmen, was man ist. Mein Papa hat Paragraph 8 und das heißt, er ist Ausländer und er darf nur nach Deutschland rein, weil er mit meiner Mama verheiratet ist. Und Mama ist richtig deutsch mit Paragraph 4. In Friedland erklären sie ganz viel, wo man wohnen darf zum Beispiel und wo man sich anmelden muss und auch, was passiert, wenn man krank ist. Und dann haben sie uns Kleider geschenkt. Da kamen Frauen mit großen Säcken voll Kleider und jeder durfte sich was aussuchen. Ich bekam richtig... Ich bekam richtig... Ich bekam richtig... Untertitelung des ZDF, 2020